Ob man es glaubt oder nicht, in diesen nördlichen Breiten Deutschlands, heute ist Frühlingsanfang. Ich wünsche uns allen ein wunderbares Frühlingsfest und einen schönen Frühling. Der Frühling ist sowieso unsere liebste Jahreszeit, weil es da besonders grünt und weil grün von unten wächst. Heute ist aber auch das Nevrosfest, auch das Frühlingsfest, das Neujahrsfest für viele, viele Menschen. In der Welt wird das heute gefeiert, in Ländern wie Iran, in der Türkei, in den kurdischen Regionen, im Irak. Überall wird es gefeiert und ich auch bei uns hier in Deutschland. Und ich wünsche allen, die Nevros, das Neujahrsfest, begehen ein glückliches Fest, ein glückliches neues Jahr. Ein Jahr voller Frieden, voller Gesundheit und voller neuer, friedlicher, politischer Perspektiven in den Regionen, in den Ländern, wo Gewalt herrscht, wie in Syrien. Und ich wünsche uns und unseren Freundinnen und Freunden hier in Deutschland ein wunderbares Nevrosfest heute.